Fragt eure Eltern von Hans-Dieter Hüsch. Fragt eure Väter, warum sie sich nicht vor euch stellen, wenn man euch zum Dienst mit der Waffe holt. Fragt eure Mütter, warum sie jammern und euch doch freigeben für ein Handwerk, das stets zu Mord und Totschlag führte. Fragt eure Priester, was sie sich dabei dachten, als sie euch liebe deine Feinde und du sollst nicht töten lernten. Hütet euch vor den Klugschnebeln, die euer bestes Wissen und Gewissen untersuchen, denn gerade sie sind es, für die ihr später töten und sterben müsst. Fragt eure Eltern, ob sie euch wirklich mehr lieben als all diese fatalen Begründungen von Heimat, Treue, Vaterland und Ehre. Fragt sie. Hört nicht auf zu fragen. Und wenn sie euch keine Antwort geben oder wie so oft nur mit den Schultern zucken, dann fragt sie, warum sie euch wohl in die Welt gesetzt haben.